Was geht YouTube? Chris hier, zurück mit einem neuen Escape from Tarkov Video und heute mit dem AKS-74U Modding Guide. Ich möchte euch in dem Video zeigen, was mit der AKS-74U so alles möglich ist, was die Unterschiede zwischen AKS-74U, 74UN und 74UB sind, warum ich denke, dass die AKS-74U eine etwas unterschätzte Waffe ist und warum es definitiv Sinn macht, die vielleicht sogar mal in die Factory mitzunehmen. Und natürlich will ich euch wieder zeigen, was ihr denn mit der AKS-74U anstellen könnt, wenn ihr die Händler auf unterschiedlichen Stufen habt. Ihr seht hier schon wieder meine Teile aufgeteilt. Wir haben einmal, was ab Level 2 der Händler möglich ist, Level 3 und Level 4 und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, ich mache zurzeit ausschließlich Escape from Tarkov Videos, darunter sehr viele How to Escape from Tarkov Videos. Wenn euch sowas also interessiert, dann einfach ein Abo dalassen, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Und wir fangen mit dem Modding an. Wichtig ist zu sagen, wenn ihr Level 1 bei den Händlern seid, dann könnt ihr mit der AKS-74U überhaupt nichts anstellen, also wirklich gar nichts. Es sei denn, ihr findet mal irgendeinen Bauteil irgendwo auf einer Map, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir wollen gucken, was ihr so kaufen könnt und ab welchem Level. Und da ist, wie gesagt, ab Level 1 erstmal nichts zu tun. Und sobald ihr aber Skier auf Level 2 habt und im Idealfall auch noch Peacekeeper auf Level 2, könnt ihr richtig loslegen. Und ich würde sagen, wir wechseln mal in die Modding-Ansicht. Wir befinden uns jetzt hier in der Modding-Übersicht und die häufigste Frage, die ich zur AKS-74U gestellt bekommen ist, wie bekomme ich da einen Side drauf? Und dazu brauchen wir einfach das B-18-Mount. Das bekommen wir beim Skier auf Level 2. Und da können wir dann eine Side unserer Wahl drauf machen. In meinem Fall das PK-06. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes her und tauschen den Handguard aus. Denn wir wollen letztendlich sicherlich auch einen Griff unten dran haben. Dazu können wir den B-11-Handguard nehmen. Und an den B-11-Handguard kann ich unten einen Griff dran machen. Wenn ich eben Level 2 bin bei den Händlern, dann wäre das hier die beste Wahl. Zusätzlich können wir an den B-11-Handguard noch das B-12-Mount dran machen. Das wäre dieses hier. Und ihr seht, das hat jetzt oben auch noch eine Schiene und an der Seite. Die Schiene oben kann tatsächlich auch für ein Side verwendet werden. Wir könnten also auch da unser PK-06 drauf machen. Sieht aber nicht nur scheiße aus. Ist auch deutlich schlechter, weil die Waffe beim Schießen natürlich hier vorne hoch springt und das Side dann wie bekloppt hin und her wackelt. Ich würde euch also nicht empfehlen, da vorne das Side drauf zu machen. Belasst es am besten hier. An der Stelle, da ist es einfach stabiler. So, was wir noch machen können, ist den Charging-Handle auswechseln gegen den RP-1. Bringt uns einen Ergonomie-Punkt. Warum denn nicht? Und als nächstes können wir den Muzzle-Break, wenn wir Peacekeeper auf Level 2 haben, schon gegen den Hybrid-Schalldämpfer austauschen. Der Hybrid-Schalldämpfer ist der beste Schalldämpfer für die AKS-74U. Ihr müsst da also nicht weiter gucken. Allerdings muss man natürlich sagen, mit 600 Dollar ist der kein Schnäppchen und vielleicht ein bisschen teuer für eine AKS-74U. Ihr habt dann auf Level 3 Skier noch die Möglichkeit, andere Schalldämpfer zu nehmen. Wenn ihr das Beste wollt, ist allerdings wie gesagt der Hybrid-Schalli der richtige für euch. Und dann kommen wir zum Bud-Stock. Da haben wir die Möglichkeit, bei Skier Level 2 den PT-3-Stock drauf zu machen. Dazu brauchen wir aber erst diesen Adapter. PT-74M-100 und dann geht der PT-3-Bud-Stock drauf. Und auf Level 2 bietet der eben die besten Werte, was Recoil und Ergonomie angeht. Ist allerdings mit knapp 20.000 Rubel fast genauso teuer wie die Waffe. Also auch wieder leicht übertrieben. Als nächstes dann noch den RK-3 Handgriff. Und dann sind wir schon bei unserer AKS-74U, wie sie auf Level 2 einfach am besten zu modden ist. Besser wird sie tatsächlich nicht auf Level 2. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir die Händler dann auf Level 3 bekommen. Denn hier können wir dann beim Prapor für unseren Standard-Bud-Stock das Gummipad kaufen. Der geht da tatsächlich drauf. Wir machen also hier das wieder weg, machen unseren Standard-Bud-Stock drauf. Und hinten können wir dann dieses Recoil-Pad drauf machen. Und was Recoil angeht, haben wir da dann tatsächlich die bessere Kombi. Wir haben also hier minus 55 Recoil und bei dem anderen Bud-Stock sind es minus 50 Recoil. Also hier macht quasi der Original-Stock minus 40, das Rubber-Pad nochmal minus 15. Und der PT-3 macht an sich minus 50. Man muss allerdings noch dazu sagen, dass die Kombination, die wir jetzt hier drauf haben, um 5 Ergonomie-Punkte schlechter ist, als es der PT-3-Bud-Stock wäre. Also wenn es euch wichtiger ist, dass die Waffe schnell gezogen ist und schnell nachgeladen ist und so weiter, dann vielleicht doch eher zum PT-3-Bud-Stock greifen und nicht zu dieser Kombi. Allerdings denke ich doch, dass Recoil-Kontrolle bei einer AKS-74U das wichtigste Gut ist. Schließlich können wir dann auch bei Prapor Level 3 endlich die 60er-Magazine bekommen. Dazu brauchen wir zwei Festplatten für ein Magazin. Das macht natürlich immer Sinn bei einer Waffe. Mehr Munition ist gleich weniger Nachladen, ist gleich höhere Überlebenschance. Und zu guter Letzt würde ich an der Stelle noch empfehlen, tatsächlich einen Laserpointer drauf zu machen. Bekommen wir auch bei Skia Level 3, wenn ich mich nicht täusche. Warum einen Laserpointer? Wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich nie Laserpointer spiele. Bei der Waffe mache ich eine Ausnahme und zwar aus dem Grund, dass das für mich eine Waffe für die Factory ist. Die Factory sind dunkle Räume, sehr sehr viele Situationen, in denen man aus der Hüfte schießen muss. Und da hilft so ein Laserpointer einfach wahnsinnig bei der Zielfindung. Deshalb, ich persönlich würde tatsächlich auf der Waffe an der Seite einen Laserpointer dran machen. Zumindest, wenn ihr sie so einsetzt, wie ich das jetzt gerade eben beschrieben habe. Wenn ihr natürlich damit draußen rumrennt, auf den großen Maps bei Tageslicht, bleibt euch überlassen, ob euch das sinnvoll vorkommt oder nicht. Jetzt hatten wir vorher noch gesagt, der Hybrid-Schalldämpfer ist vielleicht ein bisschen teuer für eine AKS-74U, auch wenn er die besseren Werte hat. Man kann natürlich auch den TBS-4 drauf machen oder eben den TGPA. Das sind zwei Schalldämpfer, die identische Werte haben. Am Ende entscheidet also der Preis und vielleicht auch das Aussehen für den einen oder anderen. Ich persönlich, wie gesagt, würde, ich gehe immer auf das Beste, würde also beim Hybrid-Schalli bleiben. Allerdings ist es euch überlassen, wie ihr da mit dem Geld hantieren wollt. Wir könnten dann auf Level 3 auch noch den AFG-Handgriff vorne dran machen. Ich persönlich finde, der sieht kacke aus auf der Waffe. Und die Werte sind jetzt auch nicht so viel besser, als dass sich das wirklich lohnt. Also wartet vielleicht, bis ihr Peacekeeper auf Level 4 habt. Denn dann könnt ihr diesen Shift-Handgriff dran machen. Der sieht a. ziemlich geil aus, steht der Waffe irgendwie. Und b. hat er auch noch wahnsinns gute Ergonomie-Werte. Wenn ihr jetzt zu der Kategorie Spieler gehört, die keinen Schalldämpfer brauchen, entweder weil sie sagen, ich möchte PvP spielen und Lautstärke lockt eben andere Spieler an. Oder ihr sagt in der Factory, brauche ich eh keinen Schalldämpfer, da hört man eh so gut wie alles. Dann könnt ihr natürlich auch hergehen, euch das Geld für einen Schalli sparen. Und könnt dann hergehen und den DTK1 Muzzle Brake drauf machen. Mal abgesehen davon, dass der einfach geil aussieht, liefert er uns auch noch bessere Recoil-Werte. Macht auch nochmal minus 6 Recoil, wo der Schalldämpfer, wenn ich mich recht erinnere, nur minus 1 macht. Also das kann sich schon lohnen, den drauf zu machen, wenn ihr wie gesagt auf Lautstärke scheißt. Dann ist das vielleicht die beste Kombination für euch. Aber ich bin jemand, der gerne mit Schalldämpfer spielt und deshalb kommt bei mir einer drauf. Jetzt hatte ich euch noch angekündigt, dass wir uns noch die Unterschiede zwischen AKS 74U, AKS 74UN und AKS 74UB angucken wollen. Und damit fangen wir jetzt mal an. Wenn wir uns mal die AKS 74UN hernehmen und da mal in die Modding-Ansicht gehen, da seht ihr vielleicht schon den Hauptteil, der sich da geändert hat. Und zwar haben wir hier das Dovetail-Mount. Wir könnten also hierher gehen und entweder diesen Cobra-Mount drauf machen oder könnten dieses Pilot-Mount drauf machen und könnten da oben unsere Sides montieren. Das ist an sich eigentlich keine schlechte Möglichkeit, weil wir hier hinten auch noch mal deutlich weniger Bewegung haben als eben hier vorne an der Stelle, wo eben das B18-Mount dran ist. Und ansonsten könnt ihr auch alles, was ihr mit der anderen AKS 74U machen könnt, auch hiermit machen. Also von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Waffe zu kaufen, die kostet glaube ich 2000 Rubel mehr. Ich würde es möglicherweise sogar tun, aber das müsst ihr selber ausprobieren. Ich persönlich finde halt, sie sieht so mit diesen komischen Mounts ein bisschen hässlicher aus, aber am Ende kommt es ja auf die Werte und Spielbarkeit an und da müsst ihr euch dann eben entscheiden. Ansonsten, wie gesagt, ist die Waffe identisch mit der anderen, also wir haben nur dieses zusätzliche Mount da und ansonsten tut sich gar nichts. Wenn wir uns jetzt noch die AKS 74U angucken wollen, die bekommen wir, jetzt lass mich nicht lügen, ich meine beim Prapor auf Level 4. Jawohl, das ist die hier. Und sieht erstmal nur aus wie eine AKS 74UN mit Schalldämpfer. Und im Prinzip ist sie das auch. Der einzige Unterschied, der jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir hier ein anderes Iron Sight drauf haben. Das für, wie es hier unten drin steht, ich lese einfach mal vor. A Sound Suppressor Device and Special Sights Designed for Firing Subsonic Ammunition. Also dieses Sight soll speziell für Subsonic Ammunition da sein. Wenn ihr mich fragt, ja, holt euch die anderen AKS, da könnt ihr dann auch noch selber vorne mit dem Schalldämpfer entscheiden, was ihr machen wollt. Und ihr wollt wahrscheinlich sowieso eine Red Dot Sight drauf, dann ist eben dieses Iron Sight auch vollkommen egal. Also für mich mehr oder weniger eine sinnlose Waffe im Spiel, aber es gibt sie halt. Und da wollen wir uns jetzt auch nicht beklagen, dass wir Vielfalt haben. Ich hatte euch Anfang des Videos angekündigt, dass ich die AKS 74U für eine unterschätzte Waffe halte. Und es hat eben folgende Gründe. Wenn ich in die Factory gehe, dann möchte ich im Idealfall eine kompakte Waffe haben. Weil durch die engen Räume kann es mir im dümmsten Fall passieren, dass ich um eine Ecke komme oder die Treppen runterlaufe und meine Waffe wird die ganze Zeit hochgezogen. Das passiert mir mit der AKS 74U eben deutlich seltener. Und ja, es gibt die MPX, die MP5, die PP1901 und was es nicht alles gibt. Aber sind wir ehrlich, wenn uns ein Spieler gegenüber steht, der eine Vorarme anhat und vielleicht sogar den neuen Mod-Helm, dann stehen wir mit unseren 9mm MP5s ein bisschen dämlich da. Die AKS 74U verschießt eben die gleiche Munition, die auch die AK 74N verschießt. Und wir können damit der BP oder BS oder BT Munition schießen und haben dann die Möglichkeit, jemanden, der eine Fortarme anhat, mal richtig zu zerschreddern. Auch eine Shotgun ist da völlig ungeeignet gegen. Also für mich ist die AKS 74U der absolute Factory-Shredder. Und nicht zu vergessen, wir können auch 60er-Magazine dran packen, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Da stehen wir dann mit einer MP5 vielleicht ein bisschen dümmer da. Ja, die AKS 74U hat eine Menge Recoil, allerdings so wie wir sie jetzt gemoddet haben und mit ein bisschen Übung lässt sich das Ding doch schon relativ gut kontrollieren. Und ihr solltet damit unbedingt mal ein paar Runden der Factory drehen. Vielleicht geht ihr auch mal offline rein und legt ein paar Bots um. Das macht wirklich Spaß und ja, meine Empfehlung für die Factory definitiv. Die AKS 74U, im Idealfall natürlich so gemoddet, wie wir das hier jetzt haben. Die M4 mit kurzem Lauf ist natürlich auch eine hervorragende Option. Allerdings auch ein bisschen teurer als eine AKS 74U. Also ja, nicht zu vergleichen, aber selbstverständlich, wenn ihr die M4 lieber spielt und die Kohle da ist, dann könnt ihr auch definitiv die M4 nehmen und habt dann auch deutlich weniger Probleme, was den Recoil angeht. Allerdings, wie gesagt, AKS 74U, günstige Waffe, auch wenn man sie gemoddet hat, nicht ganz so teuer und sie macht einfach Spaß in der Factory. Probiert es einfach aus. Und damit sind wir dann auch schon am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich euch sagen wollte und ich hoffe, es war alles verständlich. Bitte, wenn irgendwie Fragen sind, stellt sie in den Kommentaren, ich beantworte sie gerne. Ich gebe mir da immer wahnsinnig Mühe, jeden Kommentar zu lesen und zu beantworten. Wenn ihr irgendwie noch weitere Tipps habt, wenn ihr vielleicht sogar sagt, hey, die Waffe ist so, wie du es gemacht hast, scheiße gemoddet und ich habe da eine bessere Idee, dann lasst mich das auch in den Kommentaren wissen. Und ansonsten bleibt mir wieder nichts anderes übrig, als mich wahnsinnig zu bedanken bei euch. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr für mich tut und danke. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Haut rein und tschüss. Ich wünsche euch alles Gute.